Das Bittburger Verbandspokal-Endspiel FSV Ludwigshafen-Oggersheim gegen Wormatia Worms mit freundlicher Unterstützung von IWR mit Herz und Energie. Wer diese Trophäe gewinnt, ist für den DSB-Pokal qualifiziert, was 100.000 Euro in die Kassen fließen lässt. Die finanziell Klammern-Oggersheimer hätten dieses Geld dringend gebraucht. Sie spielten zwar engagiert, aber nach 38 Minuten kassierten sie das erste Gegentor. Torhüter Kevin Knödler sieht dabei ganz alt aus. Das war der Auftakt einer Reihe von eklatanten Fehlern des FSV, unterbrochen nur von einem wunderschönen Treffer zum 1-zu-1 durch Matteo Manetta. Was der kann, kann ich auch, dachte wohl der Wormser Michael Anicic und versenkte die Kugel mit dem Pausenpfiff zum 2-zu-1. Dunkel wurde es für die Oggersheimer. Ohne die 100.000 Euro werden wohl bald die Lichter ausgehen beim Viertligisten, der sich in der zweiten Halbzeit quasi selber schlug. Das Wormser 3-zu-1 mit freundlicher Unterstützung von FSV-Verteidiger Arthur Kritik. So kann man kein Finale gewinnen oder aus Wormsers Sicht, wer solche Dinger macht, gewinnt garantiert den Pokal. Klasse herausgespielt, dann das 4-zu-1 nach einem wunderschönen Konter, abgeschlossen von Mahia Sahin. Es war die Entscheidung und der Zeitpunkt zum Gehen für die Oggersheimer Fans. Sie verpassten noch ein Tor der Wormazia. Das 5-zu-1, wieder ein klasse Konter, dieses Mal vollendet von Christian Bolln. Die rot-weiße Party konnte beginnen und sie dauerte eine ganze Weile. 2000 Wormser Fans waren nach dem Schlusspfiff nicht mehr zu halten. Ein Pokalsieg und das in einem Derby ist etwas Besonderes. Beim FSV die Stimmung dagegen auf dem Nullpunkt. Das aus finanzieller Sicht wichtigste Spiel des Jahres hatten sie gewaltig in den Sand gesetzt. Und sie mussten mit ansehen, wie der Pokal verdientermaßen nach Worms ging. Das Bitburger Verbandspokal-Endspiel FSV Ludwigshafen-Oggersheim gegen Mahia Worms mit freundlicher Unterstützung von IWR mit Herz und Energie. Das Bitburger Verbandspokal-Endspiel